Ja, herzlich willkommen zum Lime Media Update für Mittwoch, den 10. März 2021. Heute wieder mit den aktuellen News aus den Vereinigten Staaten und weltweit. Ja, seit dem Beginn der Pandemie starten wir bei zahlreichen meiner Videos mit der Volksrepublik China, da immer mehr Zweifel an dem offiziellen, von der Kommunistischen Partei Chinas verbreiteten Narrativ zum Beginn der Kriseaufkommen. Zu sehr hat China von der weltweiten Situation profitiert. Sogar das ZDF zieht das Fazit, dass China den Volkskrieg gewonnen habe. Ja, und das mit atemberaubenden Vorsprungen, wie neueste Zahlen belegen. Laut dem Manager-Magazin stiegen Chinas Exporte im Januar und Februar 2020 um ganze 60,6% im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Damit hat China selbst die kühnsten Erwartungen der Experten, die von maximal 40% Wachstum ausgingen, bei weitem übertroffen. Getrieben wurde dieser raketenhafte Anstieg des Exports unter anderem durch die Herstellung zahlreicher Produkte, die infolge der Pandemie weltweit gebraucht wurden. So zum Beispiel Masken, Laptops, Bildschirme für das Arbeiten zu Hause, Plexiglas-Trennwände und so weiter. Mit diesen Zuwächsen kletterte auch Chinas Handelsüberschuss mit der Welt auf über 100 Milliarden Dollar. Analysten waren von einem Rückgang auf 60 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Volksrepublik China geht als fast einziges Land der Welt überaus gestärkt aus der Krise und ist dabei in einer weitaus vorteilhafteren Position, um die geschwächten Vereinigten Staaten als neue Supermacht herauszufordern. Dabei scheint es gar, als würden die Vereinigten Staaten unter Biden vor China auf die Knie fallen und die Demontierung der eigenen Stärke noch beschleunigen. US-amerikanische Experten fordern bereits, man solle alle zwei Jahre einen Klima-Lockdown der Wirtschaft durchführen, um den Planeten zu retten. Ähnlich wie beim Pariser Klimaabkommen würden sich wahrscheinlich nur die westlichen Länder halbwegs daran halten, während China sich die Hände reibt und aufgrund des Lockdowns pleitegehende Unternehmen in den USA und Europa zu Spottpreisen aufkauft. Doch bis es soweit ist, dass über Klima-Lockdowns diskutiert wird, muss erstmal die aktuelle Krise überwunden werden. Und dabei gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansätze. Die neue Biden-Administration geht, genauso wie es auch in Europa beabsichtigt ist, den Weg der gesellschaftlichen Spaltung entlang der Impfentscheidung. So wurden die Corona-Maßnahmen für Geimpfte bereits gelockert. Sie dürfen sich schon wieder ohne Maske und Mindestabstand mit anderen Menschen treffen. Natürlich ist das eher leichte Kost im Vergleich zu dem grünen Pass inklusive QR-Code, der schon bald in Europa eingeführt werden soll, mit dem man Ungeimpften den Zugang zu zahlreichen Aktivitäten des Alltagslebens verweigern wird. Dennoch ist es bizarr, dass Biden die ungeimpfte US-Bevölkerung an der kurzen Leine hält, während tausende illegal einreisende Migranten über die Südgrenze strömen, ein hohes Corona-Risiko, das Biden einfach in Kauf nimmt. Aber so ist man es von den Demokraten bereits seit Jahren gewöhnt. Unter fast jeder demokratischen Administration wurde die ungeregelte Massenimmigration aus Mittel- und Südamerika gefördert, doch unter Biden entwickelt sich das Ganze schon nach wenigen Wochen zu einer regelrechten Flüchtlingskrise. Die Südstaaten betrachten dies mit zunehmender Besorgnis. Immerhin sind es republikanische Bundesstaaten wie Texas und Arizona, die das Missmanagement der demokratischen Biden-Administration am Ende ausbaden müssen. Im texanischen Parlament wurde deswegen schon ein Gesetzesvorschlag eingebracht, um den unter der Trump-Administration begonnenen Bau der Grenzmauer zum Schutz gegen illegale Migration, Schlepperbanden, Drogen- und Menschenhandel in Texas abzuschließen. Derweil haben das demokratisch geführte Repräsentantenhaus und der Senat zum ersten Mal ihre neu gewonnene gemeinsame Macht ausgekostet und ein 1,9 Billionen Dollar Hilfspaket verabschiedet, mit dem sie sich alle ihre unter Trump offen gebliebenen Wünsche erfüllen. Zur Veranschaulichung, würde man die 1,9 Billionen US-Dollar gerecht unter allen US-Amerikanern aufteilen, würde jeder Bürger ca. 7000 Dollar erhalten. Stattdessen beinhaltet das Paket nur eine 1.400 Dollar Hilfszahlung für alle Bürger. In vielen Regionen der Vereinigten Staaten ist das gerade so genug, um die Miete für ein bis zwei Monate zu stemmen. Viele demokratische Wähler sind enttäuscht, weil sie aus finanzieller Not Biden gewählt haben, der ihnen im Wahlkampf 2000 Dollar versprochen hatte. Zeit Online schreibt dazu, US-Senat, der Präsident hat sein Versprechen gebrochen. 1,9 Billionen Dollar klingt gigantisch, aber im US-Hilfspaket fehlt Entscheidendes. Erneut zeigt sich, dass die Armen in den USA nicht auf die Demokraten zählen können. Die Washington Post ist aber völlig anderer Meinung. Sie titelten, Bidens Hilfspaket lässt Geld auf die Amerikaner regnen. Das Paket beseitigt einen Großteil der Armut und stellt Individuen vor Konzerne. Ja, billige Propaganda, die nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte. Übrigens hat sich Biden bei der TV-Ansprache zum Hilfspaket mal wieder völlig blamiert. Die republikanische Senatorin Cindy Hyde-Smith schrieb zu dem Ganzen auf Twitter, Nach fünf überparteiischen Covid-Hilfspaketen drückten die Demokraten eine 2 Billionen Dollar Wunschliste, getarnt als Corona-Hilfen durch den Kongress. Und wie wir sehen, wurden alle zuvorigen Hilfspakete von über 90% der republikanischen und demokratischen Senatoren bestätigt. Diesmal stimmten alle 50 republikanischen Senatoren gegen das Paket. Nur die zusätzliche Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris kippte die Patz-Situation zugunsten der Demokraten. Diese feierten das als Sieg. Dies sei erst der Anfang von dem, was der Kongress nun tun könne. Ja, Biden fungiert als Türöffner für die globalistische Agenda und handelt so gut wie nie aus eigenem Willen. Durch seine Korruption in Mittäterschaft geraten, muss er nun als Präsident mithelfen, das kranke System vor den Millionen bereits aufgewachten Menschen zu schützen und es so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Bei einer Ansprache hat die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, genau das auch durchscheinen lassen. Also sie sagt das magische Wort der Demokraten, um alles zu bekommen, was sie sich wünschen, ist nicht Sesam öffne dich, sondern Biden öffne dich. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Doch auch wenn sie eine leicht kontrollierbare Marionette im Oval Office sitzen haben, läuft nicht alles ganz rund für die Demokraten. Mehrere ihrer bekanntesten Gouverneure werden sich bald vor Gericht und vor der US-Bevölkerung verantworten müssen, die sie so schamlos hintergangen haben. So zum Beispiel New Yorks demokratischer Gouverneur Andrew Cuomo, der infizierte Senioren zurück in die Altenheime verlegen ließ, wodurch sich tausende weitere Senioren infiziert haben, viele von ihnen überlebten dies nicht. Das FBI und ein Staatsanwalt aus Brooklyn ermitteln bereits gegen Cuomo wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung. Zudem sind mittlerweile sechs ehemalige Mitarbeiterinnen von Cuomo an die Öffentlichkeit getreten und haben dem Gouverneur sexuellen und psychischen Missbrauch am Arbeitsplatz vorgeworfen. Cuomos Schlinge zieht sich zu, sogar seine eigene Partei distanziert sich von ihm. New Yorks demokratisch geführtes Parlament hat Cuomo sogar schon seine Notfallvollmachten entzogen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er zurücktreten muss. Und damit ist der erste Stein des Gouverneur-Dominos gefallen. Als nächstes trifft es die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die ebenfalls infizierte Senioren in Altenheime verlegen ließ und damit eine Mitschuld an dem Tod tausender Senioren trägt. Ein Ermittler aus Michigans Maycomb County hat nun angekündigt, dass man derzeit strafrechtliche Ermittlungen gegen die Gouverneurin in die Wege leite, genauso wie es bei Cuomo der Fall ist. Ja, und in Kalifornien hat eine Amtsenthebungspetition gegen den demokratischen Gouverneur Gavin Newsom bereits über zwei Millionen Unterschriften erhalten, die notwendige Grenze, um einen Gouverneur abzusetzen. Erstaunlich ist, dass Newsom nun eine umfangreiche Unterschriftenüberprüfung der Petition angeordnet hat. Wenn es um den eigenen Posten geht, schaut man eben doch nochmal genauer hin. Ganz anders sieht es bei der Präsidentschaft 2 2020 aus. Alleine im Bundesstaat Georgia wurden 400.000 Stimmzettel immer noch nicht auf ihre Echtheit überprüft und das, obwohl Biden den Bundesstaat mit nur 12.000 Stimmen Vorsprung angeblich gewonnen hat. Im Bundesstaat Arizona hat der Senat bereits eine forensische Überprüfung aller Dominion-Wahlmaschinen und Stimmzettel angeordnet, weil auch dort starke Zweifel an Bidens Sieg aufgekommen sind. Überraschenderweise wurden tausende geschredderte Stimmzettel in den Müllcontainern von Maricopa Counties Wahlbehörde gefunden und das nur wenige Tage, bevor die Forensiker dort mit ihrer Arbeit beginnen sollten. Einen Teil der Stimmzettel hat man bereits wieder zusammengesetzt und so wie es scheint, sind es tatsächlich Stimmzettel der Präsidentschaft 2 2020, die niemals hätten geschreddert werden dürfen. Einen Tag später ist dann auch noch ein Feuer in dem Lagerhaus eines hochrangigen Wahlbanden von Maricopa County ausgebrochen. Zufall oder wurden hier ebenfalls Beweismittel zerstört? Zumindest die Dominion-Wahlmaschinen können nicht einfach geschreddert oder verbrannt werden, das wäre dann doch etwas auffällig. Ich bin mir sicher, dass die Forensiker finden werden, wonach sie suchen, auch wenn einige Mittäter durch Beweisvernichtung versuchen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und nicht nur in Arizona tut sich etwas. Der Wahlausschuss in New Hampshire hat ebenfalls zugestimmt, eine forensische Untersuchung aller Dominion-Wahlmaschinen und Stimmzettel durchzuführen und dem US-Bundesstaat Wisconsin wird derzeit darüber beraten, das Gleiche zu tun. Das bedeutet, im Optimalfall haben wir bald eindeutige Beweise für Wahlbetrug aus zahlreichen Bundesstaaten vorliegen und das ganz ohne Trumps Zutun. Möglicherweise ist das der Beginn der großen Aufklärung des Wahlskandals, später als alle erwartet haben. Doch wenn der Damm einmal gebrochen ist, wird die Flut die demokratische Partei ein für alle Mal unter sich begraben. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und falls euch die Video-Updates gefallen und ihr das Ganze mit einem kleinen Betrag unterstützen und damit weiterhin ermöglichen möchtet, dann findet ihr ein PayPal-Spenden-Link sowie eine Kontoverbindung unten in der Videobeschreibung. Mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem ihr nächstes Video schaut. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.